Hallo und herzlich willkommen bei Bühler Bettsysteme. Ich hoffe, Sie haben auch gut geschlafen und wenn nicht, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Mir ist die Renate Bühler und mein Name ist Silke Horn. Ich habe das Geschäft seit letztem April von der Frau Bühler übernommen und das war eine ganz lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt hätten. Renate, vielleicht magst du das erzählen. Ja, ich war beim Skifahren im Allgäu und dann plötzlich stand sie vor mir. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich in ihr die Nachfolgerin gesehen habe und es hat dann funktioniert. In der Zwischenzeit haben wir sogar einen Stern gekriegt für die perfekte Firmenübergabe und sind hier jetzt ganz glücklich zusammen. Die Frau Horn ist in der Zwischenzeit Chefin und ich freie Mitarbeiterin. Seit den 80er Jahren gibt es dieses Wasserbähter Fachgeschäft damals unter Wasserbett und Kniestuhl bekannt. In der Zwischenzeit aber jetzt Bühler Bettsysteme und eben ein breiteres Produktangebot, also nicht nur Wasserbette, sondern es gibt auch ganz herkömmliche Matratzen. Im Besonderen zu erwähnen das luftgeregelte Schlafsystem. Dann natürlich alles, was rund ums Bett und das gute Liege dazugehört. Also von der Zutage angefangen, über die Bettwäsche bis zum Latterrostbettrahmen, alles was man sich so vorstellen kann. Das Besondere ist, das Steckenpferd von uns ist nun mal das Wasserbett. Das heißt, der ganze Service rund ums Wasserbett bieten wir an. Das heißt, der Aufbau natürlich. Sie können bei uns Pumpe leihen, wenn Sie umziehen wollen. Sie können uns anrufen, wenn Sie mal ein Problem haben im Wasserbett. Auch wenn es nicht bei uns gekauft wurde, bieten wir trotzdem einen Service an. Ja, jetzt habe ich Ihnen alles hier gezeigt, was es Schönes bei uns gibt zum Erholen und gut liegen. Jetzt habe ich mir eine kleine Pause verdient und die gönne ich mir hin zum Wellnessbett. Mach mir jetzt schön die Massage an und lasse es mir gut gehen.